Zwei Seifenblasenspielzüge Zwei Seifenblasenspielzüge Wenn sie es versehentlich auf ihren Computer oder ihr Telefon tropfen lassen Der Klang von Herzschmerz kann durch den Bildschirm gehen Was? Der Klang von Herzschmerz kann durch den Bildschirm gehen, Alter Da ist so much to unpack, Alter Der Absatz ist sie, h.T. sich Liege eine Bananenschale auf deinen Fuß Ziehen sie Was? Ein paar Tipps, wie sie erkennen können, ob etwas echt ist oder nicht Eine Die Haare mit Feuer verbrennen Was? Moment Sie schneidet ihre eigenen Haare ab und zündelt sie an, um zu sehen, ob sie echt sind Also ich date gerade so eine Frau Und ich bin mir nicht sicher, ob die echte Haare hat oder nicht Ich zünd sie einfach mal an und guck Ey, ohne Spaß, wir haben zwei Videos gesehen Mein Hirn ist komplett im Arsch Alter, was soll man sich denn noch alles auf die Fersen legen? Okay, Jackie will das mit dem Fisch sehen Lebensmittelhacks, für die man 800 Jahre gelebt hat Die Kaki mit Stäbchen rollen, um die Schale aufz... Alter, okay Es ist echt vier Sekunden drin und ich bin raus, Alter Zwei Wenn etwas in einem Topf kocht, neigt es dazu, überzuschwappen Selbst wenn es überschwartet Wie sie ihre unbenutzte Kleidung aufbewahren Oh ja Im Sommer ist es wirklich kalt Alter Alter Die erste Sekunde Die erste Sekunde ist Bullshit Zwei Zwiezerrt Zwei Zwiezerrt Der Vogel sitzt auf dem Baum und Zwiezerrt Es ist wahr, dass Mädchen Mädchen kennen Eine Bären schlafen nicht gut Er dreht und wendet sich, bis er aus dem Bett fällt Er würde den Rest Was ist denn da passiert, dass Kinder mit Bären übersetzt wird, Alter Wie... Was ist das? Mama holte einige Schaumstoffwollen aus dem Lagerraum Und klebte sie an die Seiten des Bettes Der Bär konnte es nach ein paar Versuchungen nicht zum Laufen bringen Oh, ich will nicht, das geht nur der Bär heißen Zwei Vitamin C auf eine Apfelscheube tropfen Die rechte Seite ist ein echter Apfel Drei In Wasser Hä, was ist denn Was ist denn kein... Was ist denn ein Fake-Apfel? Wer macht denn Fake-Apfel? Wer... Also... Hä? Hä, hier Willst du ein Apfel? Haha, Prank war kein echter Apfel Die Mutter und das Mädchen warten im Ruf darauf Dass der Vater mit der Arbeit fertig wird Eine große Biene kreist und kreist Der kleine Arm des Mädchens Zum Glück hatte sie immer ein Schröpfgerät in ihrer Tasche Was ist... Was ist denn ein Schröpfgerät? Was ist das? Es fühlt sich an, als würden ausländische Bienen erstechen In meine... Hahaha Die scheiß ausländischen Bienen wieder In meinen 30 Lebensjahren bin ich noch nie gebrochen worden Ich werde hier gerade von diesem scheiß Video gebrochen, Alter Was soll ich tun, wenn mein Kind Zahnschmerzen hat? Das müssen zu viele Süßigkeiten sein Legen Sie seinen Lieblings-Schnuller in den Gefrierschrank Dann in den... Was? ...den Mund stecken, um die Schwellung zu reduzieren Ich hätte nicht gedacht, dass es... Was? Warum Schwellung, wenn es zu viele Süßigkeiten ist? Ein seltener Abend der Entspannung zwischen Mutter und Tochter War plötzlich zerbrochen Das kleine Mädchen rollte vom Sofa und fragt sich das Knie Schreiend vor Schmerz Zum Glück froh ihr... Das Kind bricht sich das Knie Und die Mutter legt erst mal Marshmallows in die Tiefkühltruhe Hahahaha Ärzte heißen diesen Trick Vor allem warum Marshmallows, Alter Da kann man doch alles nehmen Unsere Kinder essen als am Stiel, wenn sie krank sind Aber sie bekommen von ihrer Mutter eine Trachtprüche Also Kindchen, du bist krank, ja? Du kriegst jetzt Nice Aber danach gibt es auch eine Tracht Prügel dafür Kinder spielen immer gerne auf dem Boden Sie krabbeln auch gerne herum Nach einer Weile werden nicht nur ihre Knie rot Und ein wenig gehäutet Obwohl er selbst den Schmerz nicht spürt Aber Mami konnte es nicht ertragen Zwei Seifenglasenspielzüge Hahahaha 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 Was ist das für eine Schmerz? Scheiße, Alter Sie kaufte ein verstecktes Türschloss im Supermarkt im Erdgeschoss Das Mädchen bekam dieses Mal Au Warum denn im Erdgeschoss? Warum Supermarkt-Erdgeschoss? Warum diese fucking Information? Wenn es beim Campen im Zelt zu heiß ist Sie können ihr Zelt an einem Ort aufstellen Mathe Wie auf dem Wasser Hahahaha Genauso habe ich in der Schule Mathe gelernt Das waren immer diese Sachaufgaben in der Schule Ist es da zu warm, wo du bist? Dann geh mit einem Zelt woanders hin Mathe Mathe Buchaufgabe Sarah und Lina sind zelten In ihrem Zelt sind es 26 Grad Was müssen sie tun, damit sie nicht mehr so warm ist? Bitte Rechenweg zeigen Die Wand ist von den Bären mit Wundstiften beschmiert Die Bären, die scheiß Bären wieder, Alter Den Topf mit einem Deckel abdecken Fünf Minuten lang mit Taishang, Laoy und Zwiefle, Bastro, Feierkochen Was? Mit einem Deckel abdecken Was? Schalten Sie zunächst die Hitze auf niedrig An der Unterseite des Koffers befinden sich So geil Hast eine Stichflamme in der Küche Was mache ich? Was mache ich? Schnell Tutorial gucken Schalten Sie die Hitze auf niedrig Das Feuer ist stark und gleichmäßig Lesezeichen Wenn Sie es noch nicht gelernt haben Hier ein paar detektivische Tricks Konnen würde Sie gerne alle lernen Eine Machen Sie ein Foto von Ihren Augen und drucken Sie es aus Schneiden Sie sie aus und kleben Sie sie auf den Rahmen Tragen Sie sie im Unterricht und beim Schlepp Ja, auf jeden Fall Eine Die Haut von der Aloe Vera entfernen Das Fruchtfleisch mit einem Hammer zerschlagen Auf die Sohlen der schälenden Füße auftragen Socken anziehen 4888 Stunden Okay Okay Was ist hier los? Also so viel Zeit habe ich nicht, Leute Wie Sie Ihres Wietzherz aufbewahren Was, was, was? Wie Sie Ihres Wietzherz aufbewahren Wie Sie Ihres Wietzherz auf Ihres Wietzherz Sweatshirts